Musik Video 2013. Es wird wahrscheinlich mehr in Richtung gute Inhalte gehen. Und zwar nicht einfach das WDF-PIDF-Tool zu benutzen oder diese Formel, sondern einfach vom Herzen her die Texte so zu schreiben, dass sie ausführlich und relevant werden. SEO 2013 ist spannend. Autoren werden nach oben gespült und man weiß nicht genau, was da sozusagen draus erwächst. Sowohl für das Ranking als auch für die ganze Autorenstruktur bietet unglaublich viele spannende Möglichkeiten. SEO 2013 ist für mich noch besserer Content. Wenn ich an SEO 2013 denke, fällt mir On-Page-Optimierung, WD-Content-Optimierung, ja solche Themen ein. SEO 2013 ist für mich ganz klar Content-Marketing. Nachhaltigkeit, gute Backlinks, guter Content, gute Usability. SEO 2013 wird sehr spannend werden, weil gerade durch diese ganzen Entwicklungen, die sich halt in der jüngsten Zeit ergeben haben, also gerade mit Panda und Pinguin, die in zukünftigen Iterationen natürlich auch immer extremer werden, das sorgt natürlich auch für eine Menge Tumult im Markt. Also sehr viele kriegen da auf die Finger, sehr viele wissen auch nicht mehr, was sie tun sollen. Ich glaube, die Challenge 2013 ist wirklich, Leute vielleicht noch mehr an die Hand zu nehmen und ihnen wirklich sozusagen sie mit auf diesen Weg zu nehmen, was gutes SEO überhaupt bedeutet und was man einfach tun kann, um nachhaltig und langfristig Erfolg zu haben. Meine Meinung zu SEO 2013 ist, dass viel passieren wird im Bereich eine Kombination aus Content-Marketing, Social-Marketing, aber auch Link-Marketing, das wird alles zusammenschmelzen. Ein bisschen umdenken im SEO und ein bisschen weiterdenken als bis jetzt und neue Wege gehen, die sich vorher so vielleicht noch keiner getraut hat oder noch keiner daran gedacht hat. SEO 2013 ist anders als SEO 2012. Insofern ist das, dass SEO einfach lange nicht mehr als einzelner Kanal meiner Ansicht nach stehen bleiben kann. Man muss SEO in eine vernünftige Marketingstrategie einbinden. Man braucht einen Marketing-Mix, Online-Marketing-Mix, wo SEO halt mit drin ist. Und es ist anspruchsvoller geworden. Das Thema Content-Marketing spielt mit rein. Nach wie vor Thema Link-Building, aber auch Google Plus mit sozialen Signalen beeinflusst SEO 2013 schon jetzt. In Zukunft wird es noch mehr werden. Und insofern denke ich, dass uns da auch in diesem Jahr, wir haben ja erst Mitte März, da noch einiges erwartet. SEO 2013 ist jetzt schon fast vier Monate alt und ich bin sehr gespannt, was noch passiert. SEO 2013, glaube ich, wird super spannend werden, wobei ich nicht genau weiß, wo wir hindriften werden. Ich glaube, es wird sehr viel persönlicher werden, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Big Data geben. Für mich ist SEO 2013 auf jeden Fall immer mehr die Entwicklung Richtung Marketing, Richtung Content und nachhaltiger zu arbeiten. Die Verknüpfung mit der PR ist ganz, ganz wichtig. Aber an den Basics wird sich nichts ändern. Da brauchen wir uns nichts vorlügen. Wer eine stabile Technik hat, ein geiles Produkt und ordentliche Links, der wird immer rengen. Wer eine stabile Technik hat, ein geiles Produkt und nachhaltiger zu arbeiten.